Was ist gegenseitige Verträge? Wenn die Leistungspflicht gestört ist. Durch die § 323 bis 326 BGB soll bei Leistungsstörungen den besonderen Interessenlagen im gegenseitigen Vertrag angemessen Rechnung getragen werden. Diese Besonderheiten verdeutlichen sich namentlich bei der Unmöglichkeit. Während der uns schon bekannte § 275 BGB für alle gesetzlichen wie vertraglichen Schuldverhältnisse gilt, ist in § 311a BGB die Bedeutung der Unmöglichkeit für Verträge geregelt. Nach dem dortigen Absatz 1 steht es der Gültigkeit eines Vertrags nicht entgegen, wenn die Leistung für den Schuldner oder für jedermann schon bei Vertragsschluss unmöglich ist. Ferner kann der Gläubiger nach § 311a Absatz 2 BGB im Falle der anfänglichen Unmöglichkeit nach seiner Wahl Schadenersatz statt der Leistung oder Ersatz seiner Aufwendungen in dem in § 284 BGB bestimmten Umfang verlangen. Dazu muss der Schuldner die Unmöglichkeit allerdings zu vertreten haben. Beim gegenseitigen Vertrag bedarf es neben den Regelungen über die Folgen der unmöglichen Leistung auch Vorschriften, die das Schicksal der Gegenleistung erfassen. Steht die betroffene Hauptleistung im Gegenseitigkeitsverhältnis, sind die § 323 bis 326 BGB heranzuziehen. § 326 BGB, der das Schicksal der Gegenleistung bei Ausschluss der Leistungspflicht regelt, korrespondiert unmittelbar mit § 275 BGB. Schlagwortartig formuliert regelt § 275 BGB das Schicksal der Leistung, während sich § 326 Absatz 1 Satz 1 BGB mit demjenigen der Gegenleistung befasst. Nach § 326 Absatz 1 Satz 1 BGB entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung, wenn der Schuldner wegen Unmöglichkeit von seiner Leistungspflicht in den Fällen des § 275 Absatz 1 bis 3 BGB frei geworden ist. Dabei spielt es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt das Leistungshindernis eingetreten ist. Anfängliche und nachträgliche Unmöglichkeit werden gleich behandelt. Ein Vertreten müssen des Schuldners ist nicht erforderlich. Voraussetzung ist aber, dass die Unmöglichkeit eine Hauptleistungspflicht betrifft, die mit der Gegenleistungspflicht in einem Gegenseitigkeitsverhältnis steht. Der Gläubige hat zudem nach § 323 Absatz 1, § 324, § 326 Absatz 5 BGB die Möglichkeit, durch Erklärung des Rücktritts die Umwandlung in ein Rückgewehrschuldverhältnis herbeizuführen. Dieser Schritt führt zum Wegfall von Leistungs- und Gegenleistungspflichten, erschließt, wie § 325 BGB verdeutlicht, einen Anspruch auf Schadenersatz nicht per se aus. Zwar setzt der Wegfall der Gegenleistungspflicht nicht voraus, dass der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten hat. Hat aber umgekehrt der Gläubiger die Unmöglichkeit allein oder weit überwiegend zu verantworten, ist der Verlust des Gegenleistungsanspruchs nicht zu rechtfertigen. § 326 Absatz 2 Satz 1 Variante 1 BGB bestimmt daher, dass der Schuldner den Anspruch auf die Gegenleistung behält. Abweichend von Absatz 1 trägt der Gläubiger hier die Gegenleistungsgefahr. Er muss seine Gegenleistung trotz und Möglichkeit der Leistungspflicht des Schuldners weiter erbringen. Für die Verantwortlichkeit ist auf die § 276 bis 278 BGB zurückzugreifen. Liegen die Voraussetzungen des § 326 Absatz 2 Variante 1 BGB vor, kann der Schuldner also weiterhin die Gegenleistung von seinem Gläubiger verlangen. Er muss sich dann aber nach Absatz 2 Satz 2 dasjenige anrechnen lassen, was er durch die nach § 275 Absatz 1 bis 3 BGB eingetretene Leistungsbefreiung erspart hat. Das System bis § 326 BGB spielt auch beim Annahmeverzug des Gläubigers im gegenseitigen Vertrag eine Rolle. Zum Begriff verweise ich auf den entsprechenden Film in dieser Reihe. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzugs aufgrund eines Umstands ein, den der Schuldner nicht zu vertreten hat, bleibt nach Absatz 2 Satz 1 Variante 2 die Pflicht des Gläubigers zur Gegenleistung bestehen. Wenn das Vertretenmüssen des Schuldners zu prüfen ist, gilt es, das Haftungsprivileg des § 300 Absatz 1 BGB im Auge zu behalten. Dann hat der Schuldner während des Annahmeverzugs nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Zu klären ist noch der Fall, bei dem der Gläubiger seine Gegenleistung bereits bewirkt hat, bevor es zur Unmöglichkeit gekommen ist. Dann kann er nach § 326 Absatz 4 BGB das bereits Geleistete wegen des Rechtsfolgenverweises auf den Rücktritt nach den § 346 bis 348 BGB zurückverlangen. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass auch für den Fall, dass der Gläubiger vom Schuldner nach § 285 BGB das stellvertretende Kommodum herausverlangt, § 326 BGB eine Sonderregel bereithält. Nach seinem Absatz 3 Satz 1 bleibt dann nämlich die Gegenleistungspflicht bestehen. Damit sind wir am Ende des Films aus der Reihe Schuldrecht AT angelangt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihren Lernerfolg können Sie kontrollieren, wenn Sie folgende Fragen beantworten. Was ist ein gegenseitiger Vertrag? Ist in § 326 Absatz 1 Satz 1 BGB nur die anfängliche Unmöglichkeit gemeint? Bei § 326 Absatz 1 BGB handelt es sich um eine Gefahrtragungsregel. Wem wird hier welche Gefahr zugewiesen? Weshalb spielt § 326 BGB beim Annahmeverzug im gegenseitigen Vertrag eine Rolle? Wenn Sie die Fragen zunächst selbst beantworten wollen, was ich empfehle, drücken Sie jetzt auf das Pausezeichen. Ansonsten folgen in wenigen Sekunden die Antworten. Und jetzt zu den Antworten. Ein gegenseitiger Vertrag ist dadurch gekennzeichnet, dass nach seinem Inhalt jede Partei die eigene Leistungspflicht nur um der Leistung des Vertragspartners Willen übernimmt. Von § 326 Absatz 1 BGB werden anfängliche und nachträgliche Unmöglichkeit gleichermaßen erfasst. Geht die vom Schuldner geschuldete Leistung unter, so verliert er seinen Anspruch auf die Gegenleistung. Dem Schuldner ist in § 326 Absatz 1 BGB also die Gegenleistungsgefahr. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzugs aufgrund eines Umstands ein, den der Schuldner nicht zu vertreten hat, bleibt nach § 326 Absatz 2 Satz 1 Variante 2 BGB die Pflicht des Gläubigers zur Gegenleistung bestehen. Dem Schuldner kommt dabei das Haftungsprivileg des § 300 Absatz 1 BGB zugute. Gotta beregelig ein BGB an einen BGB auf vollen Nlee BGB in einem Einstädtenarnt, wirdῶ在 Gucke auf eine Heftung. Das Aufregion